So ihr Lieben, moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Duell der Giganten im Automobilbau. BMW hat den neuen Fünfer am Start und greift damit in der Businesswelt nach den Sternen im wahrsten Sinne des Wortes, denn dort warten gleich zwei ganz besondere Sterne auf ihn. Einmal der EQE im direkten Vergleich mit dem BMW i5 und die neue E-Klasse im Kampf um die Krone in der konventionellen Businessverbrennerwelt. Die hatte ich euch erst gerade vorgestellt und den Kampf der Limos schon ein klein wenig skizziert. Vielleicht habt ihr das Video schon gesehen. Wenn nicht, dann unbedingt reinschauen, es lohnt sich. Aber lasst uns wie immer zuerst in die wundervolle Vergangenheit des Fünfers blicken. Alles fing an mit der neuen Klasse. Ja, die Baureihe hieß einfach neue Klasse. Sehr pragmatisch, bis zu diesem Zeitpunkt hatte BMW nur Autos für Tagelöhner und Generaldirektoren gebaut. Das sagte jedenfalls der Spiegel. 1965 rückblickend über die Jahre 1959 und 1960. Das erste Modell der neuen Klasse, der BMW 1500, wurde nämlich erst 1961 als Stufenhecklimousine auf der IAA vorgestellt. Ich habe zum 1500 einen richtig geilen Werbespot am Ende des Videos. Den müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Unbedingt. Aber lasst uns weitermachen. Unter der Leitung von Wilhelm Hofmeister entstand die Karosserie im eigenen Haus. Ich erwähne den damaligen Leiter der Abteilung Karosserieentwicklung deshalb, weil nach ihm der berühmte Hofmeisterknick benannt wurde, der in nahezu allen BMW-Modellen seither zu finden ist. Anfangs noch aus statischen Gründen wurde später ein Stilelement daraus. Auch im aktuellen Fünfer ist der Hofmeisterknick wieder zu sehen. Die neue Klasse war ausschließlich mit vier Zylindern ausgestattet. 1966 kam sie in ihrer stärksten Version, dem BMW 2000, auf den Markt. Mit 130 PS kam man auf 185 Stundenkilometern und war damit schneller als der W110 von Mercedes. Da sieht man, wo die Prioritäten der zwei Rivalen damals schon lagen. Zum Beispiel auch im Motorsport. 1964 gewann Hubert Hane 14 von 16 Rennen in der deutschen Rundstreckenmeisterschaft, dem Vorvorgänger der heutigen DTM. Zahlreiche Siege auch beim 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps im Jahr 1965. Mit dem Coupé 2000C-CS war BMW sogar über zwei Sekunden schneller auf 100 als der W110. Die neue Klasse ist auch der Ausgangspunkt für weitere BMW-Baureihen, allen voran dem Fünfer. Der E12 ist der erste offizielle Fünfer-BMW. 1972 kam dieser auf den Markt und wurde nur als Stufenheck-Limousine angeboten. Die Doppelscheinwerfer in der Studie für das Karosseriebauunternehmen Bertone vom Jahr 1970 waren noch rechteckig und mit der Einstellung des neuen Designers Paul Brack wurden die Scheinwerfer rund. Die Geburt der frühen Angel Eyes. Aber auf die kommen wir später noch zu sprechen. Es gab ihn mit vier Zylindern noch aus der neuen Klasse, dessen Plattform er auch nutzte. Dieser Vierzylinder, die interne Bezeichnung dafür lautet M10, war sogar in der Formel 1 der 80er im Einsatz, aber auch bei Turnwagen und Rallye-Fahrzeugen. Ab 1973 hält der sensationelle Sechszylinder-Einzug in die Fünferreihe, den wir Auto-Enthusiasten alle so lieben. Zuerst im 5,25 mit zweieinhalb Litern Hubraum und 145 PS, später 1974 im 5,28 mit 2,8 Litern Hubraum und bis zu 170 PS. Die Welt war noch so herrlich einfach, als die erste Zahl für die Modellreihe stand und die letzten zwei für den Hubraum. Im Facelift gab es dann auch den 5,20 mit Sechszylindern. Der Vierzylinder wurde aber als 5,20i weiterhin angeboten. Absolutes Highlight der Baureihe war der M5,35i. Es war das erste Serienfahrzeug der BMW Motorsport GmbH, heute BMW M GmbH. 1972 von BMW als Tochterunternehmen gegründet, weil man sich mit Lamborghini überworfen hatte, lieferte sie im Jahr 1980 ein Fahrzeug, das es so bisher noch nicht gegeben hat. 218 PS aus einem 3,5 Liter Reihen-Sechszylinder und 310 Newtonmeter in einer komfortablen Oberklasse-Limousine, die gut und gerne mit einem Einstiegs-911er aus der Zeit um die Wette gefahren ist. Es war die Geburt einer neuen Gattung, der Hochleistungslimousinen und der offizielle Vorläufer des BMW empfunden. Konkurrenz gab es in seinem Segment keine. AMG war zwar schon gegründet, aber hauptsächlich im Rennsport unterwegs und hat vorwiegend Luxuslimos veredelt und getunt. Einen Diesel gab es in dieser Baureihe übrigens noch nicht. 1981 kam der E28 und mit ihm auch ein Diesel. Zwar erst im Jahr 1983, aber als Sechszylinder. Im Vergleich zum Fünfzylinder-Diesel von Mercedes war er bei höheren Drehzahlen geräuscharm, aber bei Laufruhe und Durchzug konnte er nicht mithalten. Besser lief es weiterhin bei den Benzinern. Die Sechszylinder kamen jetzt alle mit elektronischer Einspritzanlage und dem damit verbundenen berühmten I in der Nomenklatur. Die Top-Motorisierung dieses Mal ist der M5. Nur auf Bestellung und von Hand gefertigt kommt er 1985 mit einem Tamtam auf die Bühne, dass der Konkurrenz die Kinnlade hing. Wobei man dazu sagen muss, dass es eigentlich gar keine Konkurrenz gab. Weit und breit nicht. Der 3,5 Liter Motor stammte von mittlerweile berühmten Mittelmotorsportwagen BMW M1, der anfangs in seiner Geschichte ein Ladenhüter war und heute unbezahlbar ist. Er brachte im M5 sensationelle 286 PS auf die Straße, 340 Newtonmeter und von 0 auf 100 in 6,5 Sekunden waren eine Sensation. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 245 Stundenkilometer. Der Porsche 911 3,2 G Modell ist keinen einzigen Stundenkilometer schneller gefahren. Von 0 auf 100 ging es im Porsche mit 6,1 Sekunden nur ein bisschen schneller. Das mal so zur Einordnung, was der M5 für ein Knaller war in der Zeit. BMW hatte diese neue Klasse geschaffen und eben deshalb auch den Titel schnellste viertürige Sportlimo der Welt zurechtgetragen. Es wurden nur 2.241 Fahrzeuge gebaut. Es wird also schwer werden, einen zu kriegen. Der M5 wog 1.430 Kilogramm und war 4,62 Meter lang. Nur zur Einordnung. Der aktuelle 3er BMW ist 9 Zentimeter länger und ein aktueller Golf 8R wiegt mit 1.520 Kilogramm fast 90 Kilogramm mehr. Das waren noch Zeiten. Zum Ende hin war der E28 einem W124 nicht mehr gewachsen. Aber rückblickend kann man sagen, dass er solide, robust und rostbeständig war. 1988 kam dann der E34. Ich muss zugeben, dass es mir jetzt schwerfallen wird, in den kommenden Minuten objektiv zu bleiben. Es war mein erstes Auto. Ein 520i. Wichtig an dieser Stelle, dass das Facelift mit 24 Ventilen mit Sechszylindern und 150 PS in Kalypso-Rot mit geilen Felgen und einer geilen Frontschürze, auf die ich auch immer wieder von Fünferfahrern angesprochen wurde, kam. Also seid gewarnt. Es wird vielleicht doch hin und wieder wenig objektiv klingen. Ich versuche es mal. Er war sehr schwer geworden im Vergleich zum Vorgänger, weil er um 10 Zentimeter auf 4,72 gewachsen ist, um den Formpassagieren endlich mehr Kniefreiheit zu spendieren. Allerdings mit über 250 Kilogramm Mehrgewicht. Ein sehr hoher Preis. Und erstmalig auch mit Allrad, aber nur im 525iX, was ihn allerdings um weitere 90 Kilogramm oder beziehungsweise respektive 75 Kilogramm dann im Kombi schwerer gemacht hat. Die einfachen 4- und 6-Zylinder taten sich daher schwer, den Wagen adäquat anzuschieben. Die Spitzigkeit des Vorgängers ist daher verloren gegangen. Der Turbinenartige Schub des Sechsers aber ist geblieben und macht einen total süchtig danach, immer noch mehr zu drehen. Der Motor braucht die Drehzahlen auch. Der Sound beim Hochdrehen frässt sich in dein Hirn. Das fühlt sich einfach mega an. Ich glaubte damals auch noch, dass das sehr schnell war. Mit 10,6 Sekunden auf 100 war es das natürlich nicht. Es fühlte sich jedoch so an. Apropos Drehzahlen. Man konnte damit richtig geil driften. Der hing so gut am Gas. Die Dosierung war super einfach und präzise machbar. Einfach nur geil. Später hatte ich auch noch einen 525i, ebenfalls den 24 Ventiler mit 192 PS. Absolut traumhaftes Auto und mit 8,6 Sekunden auf 100 deutlich schneller. 1992 kamen zum ersten Mal V8-Motoren zum Einsatz. In denen ging es noch viel schneller. Der 540i hat mit seinem 4 Liter Sahne V8 um 286 PS so brutal angeschoben, dass er von 0 auf 100 mit 6,3 Sekunden schneller war als sein Vorgänger M5 und genauso schnell wie im baugleichen M5 vor dem Facelift. Der kam gleich zu Beginn im Jahr 1988 mit 3,6 Litern Hubraum. Aus einem Sechszylinder brachte er es auf 315 PS. Die Felgen fand ich nicht so schön, aber sie hatten mit ihrem Turbinen-Design tatsächlich die Funktion, die Bremsanlage besser zu belüften. Die Felgen vom Facelift wiederum fand ich mega geil. Ich liebe diese M-Felgen. Das Facelift hatte aber nicht nur die geileren Felgen, sondern brachte auch gleichzeitig erstmals der Geschichte den M5 Touring hervor. Mit der Erweiterung des Hubraums auf 3,8 Liter produzierten diese Fahrmaschinen 340 PS. Der Kombi brauchte 6,1 Sekunden auf 100 und die Limo hatte sich die 0 auf 100 Krone mit 5,9 Sekunden gegen den Mercedes 500e zurückgeholt. Jedenfalls für wenige Monate bis dann der Mercedes E60 AMG kam. In diesem ging es geradeaus einfach noch viel, viel schneller. 5,4 Sekunden. Auf der Autobahn war der AMG zu Hause und auf der Rennstrecke der M5. In Avus Blau oder Daytona Violett. Ein absoluter Traumwagen und meine erste Wahl in dieser Story. Und ja, der W124 war qualitativ ein bisschen besser. Er hat den hochwertigeren Eindruck gemacht. Und ja, ein bisschen Rost gab es auch. Aber sonst ein sehr verlässliches Fahrzeug. Vielleicht nicht unbedingt die ersten 6 Zylinder, aber die im Facelift. Und der 4 Zylinder war gar nicht gut. Aber ich bleibe dabei, es ist dieses Auto, diese Farbe und diese Felgen. So will ich ihn haben. Der E39 kam 1995 auf den Markt und irritierte mich ein bisschen. Es war viele Jahre alles so eckig und kantig und auf einmal alles so rund. Keine einzige Ecke mehr. Es war ein Zwischenschritt auf dem Weg in die Moderne. Es hat nicht lange gedauert, um mich für das neuartige Design zu begeistern. Verglichen mit seinem Konkurrenten, dem W210, war die Umstellung nicht ganz so hart, wenn man an die vier Augen denkt. Er hat in der Länge 5 Zentimeter gewonnen, aber gewichtstechnisch bis auf wenige Kilogramm kaum zugelegt. Und trotzdem machte er nicht den fahraktivsten Eindruck. Er war erwachsen geworden und wollte Business machen. Und das hat er auch geschafft. Das Navi aus dem Siebener hat er mit eingeführt. Die Ledersessel sind ebenfalls aus dem Siebener abgeleitet. Es gab ein Autotelefon. Das konntest du zu einem Vorgänger auch schon bekommen. Aber jetzt war es wunderschön in die Mittelkonsole integriert. Und wenn es mal langweilig wurde, konntest du Fernsehen. Das war schon Next Level für diese Zeit. Und damit die Außengeräusche draußen bleiben, konntest du eine Doppelverglasung bestellen. Die Straße konntest du optional mit Xenonscheinwerfern beleuchten. Das Fahrwerk war fast vollständig aus Aluminium und im Vergleich zu seinem Vorgänger super komfortabel. Und wer E34 gefahren ist, der weiß, wie wichtig die Heizung im Auto ist. Freundlich formuliert, die ging halt nicht ganz so gut. Das war im E39 schon um einiges besser geworden. Der Innenraum erschien deutlich wertiger und moderner. Die Motorisierungen sind aber die bereits bekannten, jedenfalls zu Beginn. Es gibt nur noch 6- und 8-Zylinder-Benziner. Keine 4-Zylinder mehr. Der absolute Sahne-Motor 528i war auch wieder dabei. Ohne... Oh mein Gott, wie habe ich den gefeiert. Der 535i war jetzt ein V8 mit 235 PS. Und wenn du noch mehr Leistung wolltest, konntest du wieder den 540i nehmen. Mit dem bereits bekannten 4-Liter-V8. Und immer noch 286 PS. Die Fahrleistungen waren auf dem Niveau des Vorgängers und haben sich mit 6,2 Sekunden auf 100 und wohlgemerkt im Sechsgangsschaltgetriebe kaum verändert. 1997 erst folgte der Touring. Den gab es dann mit allen Motorisierungen, die erhältlich waren, nur nicht als M5. Der kam dann nur noch als Limousine. Endlich im Jahr 1998 und war bereits sehnsüchtig erwartet worden. Wahrscheinlich konnte man sich nicht auf die Motorisierung einigen. Schlussendlich kam er dann mit einem Boller V8 und 5 Litern Hubraum. Die Ära des Sechszylinders aus dem M1 war damit passé. Es gab ihn nur mit Handschaltung. Für Enthusiasten wäre er in Automatik auch undenkbar gewesen. Aber er ist nun mal ein Langstreckenbomber. Der damalige Geschäftsführer der MGMB hat das folgendermaßen formuliert. Die Käufer dieses Autos sind vorwiegend selbstständige Geschäftsleute in führenden Positionen, die dieses Auto für ihre täglichen Fahrten einsetzen. Na, was für ein Glück für diejenigen. Das sag ich jetzt wieder. Auch wenn BMW diese Fahrzeugkategorie geschaffen hat, sie haben sie zu konsequent in Richtung Rennsport umgesetzt beziehungsweise fortgeführt und zu wenig für die Autobahnauslegung gemacht. Rennstreckentechnisch brauchtest du mit dem schwerfälligeren AMG natürlich nicht kommen. Ja, gerade wegen der Automatik, die im AMG inne wohnt. Aber wir befinden uns in diesem Segment nun mal nicht hauptsächlich auf der Rennstrecke, sondern eben auf der Autobahn. Und ganz oft auch bei Schlechtwetter. Mercedes hat das früher erkannt und mit dem AMG insgesamt besser umgesetzt. Zwar gab es Allrad anfangs nur auf Anfrage, aber immerhin möglich. Allrad gab es im Übrigen für keinen E39. Und ein weiterer Schlechtwetterkandidat war der Audi S6 Plus. Zwar auch nur mit Sechsgang Schaltgetriebe, aber mit Allrad serienmäßig. Und was für einen. Der ist mit seinem 4,2 Liter V8 Motor und nur 326 PS bei Wind und Wetter wie auf Schienen Kreise um den M5 gefahren. Von 0 auf 100 in 5,6 Sekunden. Das ist sauschnell. Es wurden aber nur 97 Limos gebaut, sowas. Und vom Kombi gab es auch nur 885 Stück. Zum Vergleich, der M5 wurde nur als Limo 20.482 Mal an den Mann gebracht. Klar, es war das viel aufregendere Fahrzeug. Und wenn das Wetter gepasst hat, haben die Fahrwerte des M5 einem die Schuhe ausgezogen. Mit 400 PS hast du dich in 5,3 Sekunden auf 100 geschossen. Der Sound des V8 hat alle Umherstehenden in Schockstarre versetzt. Es war zwischen 1998 und 2002 die beste Serien-High-Performance-Limousine weit und breit. Im Jahr 1998 gab es noch einen weiteren Knaller in dieser Baureihe. Ganz speziell für die Außendienstler und Diesel-Liebhaber unter euch. Der 530D. Mit 3 Litern Hubraum und 184 PS war es nicht nur der erste Sechszylinder Common Rail Dieselmotor, sondern auch noch obendrein der leistungsfähigste PKW Dieselmotor auf diesem Planeten. Eine weitere Superlative war die Höchstgeschwindigkeit von 225 Stundenkilometer. Schnellster Diesel weit und breit. Allerdings musste er als alle diese Titel 1999 an den E320 CDI schon wieder abgeben. Der kam dann mit 197 PS und war 230 Stundenkilometer schnell. Im Jahr 2000 führe BMW das Facelift ein, im Innenraum sofort am neuen 16 zu 9 Bildschirm zu erkennen und der Telefonhörer in der Mittelkonsole war jetzt schnurlos. Motorenseitig ist der neue Top-6-Zylinder der 530i. Den 528i gibt es vorerst nicht mehr. Er wird aber wieder kommen. Der 530 Diesel hat jetzt 193 PS. Der 540i blieb gleich. Mit dem 520d gab es auch einen neuen Vierzylinder Diesel. Von außen war das Facelift sofort an den Angel Eyes zu erkennen. Am Anfang des Videos hatte ich es angesprochen. Die haben den BMWs ihren ganz eigenen Touch gegeben. Man wusste einfach, das ist ein BMW. Der E60 kam 2003 auf den Markt. Das neue Design allerdings sagte nicht allen auf Anhieb zu. Angelehnt an den 7er, E65 aber nicht ganz so wuchtig am Heck, haben sich einige erst an den Anblick gewinnen müssen. Ich brauchte schon auch eine Minute, aber dann war ich Feuer und Flamme. Chris Bengel, der Designer, hatte hier aus meiner Sicht alles richtig gemacht. Auch wenn er viel Kritik für den 7er einstecken musste, den ich übrigens auch nicht schlecht fand, hat er viele geile Autos zu verantworten gehabt. Den Z3 zum Beispiel hier als M-Version mit 321 PS oder diesen Individual mit 3 Liter Motor. Auch richtig schön. Selbst das Batmobil hier stammt aus seiner Feder. Oder der erste X5. Auch wunderschön. Im Vergleich zum Jurassic Park ML von Mercedes sogar eine Schönheit. Aber wir kommen vom Thema ab. Wir waren beim 5er E60. Er war nicht nur vom Design neu aufgelegt, sondern brachte auch technisch die größte Veränderung beim Wechsel von einer Baureihe zur anderen. Genau, das iDrive. Anfangs noch stark kritisiert, später von allen kopiert. Das iDrive war ein Game Changer in der komplexen Bedienung von Anwendungen im Fahrzeug und wird bis heute von BMW dominiert. Niemand im Fahrzeugbau macht das so gut wie BMW. Jedenfalls bis zum heutigen Zeitpunkt. Genial auch die Einführung des Head-Up Displays. Am Anfang noch gewöhnungsbedürftig, aber für mich heute gar nicht mehr wegzudenken. Den Blick immer auf die Straße zu haben, einfach mega. Für Unterhaltung sorgte auch wieder ein Fernseher mit DVBD-Tuner oder einem DVD-Laufwerk. Hamann Cardone war auch an Bord. Alles in allem ein sehr modernes Fahrzeug und technisch seinen Konkurrenten haushoch überlegen. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich mit dem Command-System im W211 abgemüht habe. Bei den Motoren waren weiterhin die Sechszylinder die erste Wahl. Top Sechszylinder war der 530i mit 3 Litern Hubraum und immer noch 231 PS. Wie im Vorgänger. Der V8 bekam mit 4,4 Litern einen größeren Hubraum und durfte sich jetzt 545i schimpfen. Er hatte jetzt 333 PS. 2005 hatte man motorenseitig einige Änderungen vorgenommen und den Allradantrieb optional für den 525i und den 530i wieder eingeführt. Letzterer bekam auch eine Leistungsspritze auf 258 PS. Der 540i war auch wieder erhältlich und leistete 306 PS, allerdings nur als Limo. Der 545i wurde durch den 550i ersetzt und der Hubraum auf 4,8 Liter erhöht. Mit nun 367 PS und Handschaltung geht es 0,1 Sekunden schneller auf 100 als im Vorgänger M5. Oder mit Automatik dann genauso schnell. Also 5,2 respektive 5,3 Sekunden. Diese Entwicklung ist schon echt krass. Den Touring gab es für fast alle Motorisierungen und ganz besonders speziell wieder einmal für den M5. Der kam jetzt mit Formel 1 Zehnzylindermotor und einem Sound zum Niederknien. Das mit der Formel 1 ist kein leeres Gequake. Die Motorblöcke kamen tatsächlich aus derselben Gießerei wie die Triebwerke der Formel 1. Mit 5 Litern Hubraum und 507 PS zaubert er brachiale Fahrwerte auf den Asphalt. 520 Newtonmeter wuchtet er auf die Hinterachse und braucht 4,7 Sekunden auf 100. Zu seiner Zeit nicht der schnellste, wie ihr mittlerweile aus dem E-Klasse-Video wisst. Aber der beweglichste. Wenn du bis 8.250 Umdrehungen pro Minute drehen kannst, dann ist das Sex für die Ohren. Wie egal kann Konkurrenz in diesem Moment sein. Es ist ein Rennwagen. Ein Rennwagen im Businessanzug. Und wenn du Platz brauchst, nimmst du den Touring. Allerdings wurde der nur 1.025 Mal gebaut. Es wird also nicht einfacher an dieser Stelle auch hier wieder einen zu kriegen. Die Limo kriegt man wohl einfacher. Die bringt es auf 19.523 Einheiten. Ein weiteres Highlight der Baureihe. Wie soll es auch anders sein? Natürlich der Diesel. Der darf nicht fehlen. Ganz besonders der 535D. Mit 272 PS im Jahr 2004 und 6,5 Sekunden auf 100. Ihr erinnert euch, das ist der Wert des ersten M5 E28. 560 Newtonmeter auf die Hinterachse zu jagen, ist einfach nur brutal. 2007 dann mit 286 PS und einer leichten Verbesserung mit 6,4 Sekunden auf 100. 580 Newtonmeter sind 60 Newtonmeter mehr als im baugleichen M5. 2007 mit dem Facelift kamen auch die Angel Eyes wieder zurück. Sie verliehen dem 5er wieder sein unverwechselbares Lichtdesign. Der F10 kam 2010 und war für alle wieder schön. Keine Diskussion mehr zum Aussehen, aber motorenseitig gab es große Veränderungen. Zu Beginn waren noch drei Sechszylinder zu bekommen, bis mein geliebter 528i zu einem Vierzylinder degradiert wurde. Es gab dann nur noch einen Sechszylinder und den auch nur noch mit Turbolader. Die Sauger waren somit ausgestorben. Es war ein leiser Tod. Oder sagen wir schleichend. Die Nomenklatur war dann auch für den Eimer, weil so gut wie nichts mehr drin war, was drauf stand. Der 550i hatte wieder 4,4 Liter Hubraum und sogar zwei Turbolader. Mit 408 PS zum Einstieg und ausschließlich mit Automatik. Wahlweise aber mit Allrad. Handschaltung gab es nur für die USA. Der Motor soll aber Probleme gemacht haben. Daher lieber Abstand nehmen oder genau hinsehen. Das nur als Randnotiz. Alternativ natürlich gerne auch den 550i ab 2013. Der hatte 450 PS und machte soweit keine Probleme. Der M5 erschien im Jahr 2011. Der hatte jetzt aus einem 4,4 Liter Motor mit Doppelturbo-Aufladung im sogenannten heißen Zylinder-V wahnsinnige 560 PS und ein bisher nicht erreichtes Drehmoment von 680 Newtonmeter auf die Hinterräder losgelassen. Schon mega geil, aber schwer in Vortrieb zu wandeln. Er hat auf 100 mit 4,3 Sekunden die gleiche Zeit wie der AMG mit 557 PS absolviert und auf 200 hat er ihm sogar eine eingeschränkt. 12,4 zu 13,1 Sekunden im AMG. Es gab ihn auch als Competition mit 575 PS. Die Zeiten haben sich aber mit 4,2 Sekunden auf 100 nur marginal verbessert. Die 30 Jahre Edition war auf 300 Fahrzeuge limitiert und der M5 Competition Edition sogar nur auf 200 Fahrzeuge. Beide haben 600 PS und jetzt 700 Newtonmeter und konnten die Zeit auf 100 nochmal verbessern mit 3,9 Sekunden auf 100 und 12 Sekunden auf 200. Dazu mussten aber die Sterne ganz besonders gut stehen. Geradeaus ging es ab 2013 im Mercedes mit Allrad einfach einen Ticken schneller. Der Allradantrieb war ein absoluter Gamechanger. Dennoch hat der BMW die besseren Rundenzeiten in den Asphalt gebrannt. Ganz klar. Hilft mir aber auch hier wieder wenig auf der Autobahn, denn der wirkliche Star in dieser Baureihe war aus meiner Sicht der M55 Diesel xDrive. Im Jahr 2012 kam der Dieselbomber. Hier kommt alles zusammen für die Langstrecke, was zusammen gehört. Allrad, Automatik und Diesel. Wenn du einfach nur Kilometer abreisen wolltest, gab es nichts krasseres. Weit und breit keine Konkurrenz. BMW hat damit wieder einmal eine neue Kategorie von Fahrzeug geschaffen. Eine Hochleistungs-Diesel-Monster-Limousine in der mittleren Oberklasse. Mit drei Litern Hubraum und drei Turboladern versehen kommst du auf völlig wahnsinnige 381 PS, absolut verrückte 740 Newtonmeter und brennst damit in 4,7 Sekunden auf 100 die ganze Bude ab. Mit einem einfachen Porsche 997 und 345 PS bist du nicht davon gefahren. Mal abgesehen davon, dass dir der Sprit viel früher zu nahe gegangen wäre. Ein Traum eines jeden Außendienstlers. Und die Betonung liegt hier auf Traum. Eine weitere neue Fahrzeugkategorie hatte BMW im Jahr 2009 mit dem 5er GT begründet. Er sollte zwischen 5er und 7er eine Nische in der Oberklasse bedienen. Auch wenn er teilweise von der 5er Plattform abstammte. Es war der Kombi für die Oberschicht. Ich muss zugeben, dass ich sehr von dem Auto angetan war. Er war ein Ticken luxuriöser als der klassische 5er, so jedenfalls meine Wahrnehmung. Man sah es ein bisschen erhöht. Die Beinfreiheit war auf dem Niveau des 7ers hinten und die Kopffreiheit fast auf X5 Niveau. Die rahmenlosen Seitenfenster gaben dem Auto eine gewisse Eleganz. Wobei das Design für viele mindestens fragwürdig war, beziehungsweise damit ging auch die Ära des Designers Chris Bengel bei BMW zu Ende. Motorenseitig gab es bei den Benzinern nur stark oder doch stärker. 535i und der 550i. Beide optional mit Allrad. Und bei den Dieseln gab es dann auch einen 520d. Sonst 530d und 535d. Auch diese beiden optional mit Allrad. Der A7 war zwar schöner, aber noch lange nicht schön und sicherlich nicht ganz so praktisch. Apropos motorenseitig. Krass, wie viele Leistungsdaten dieser Baureihe mit den Mercedes-Modellen aus dieser Zeit übereinstimmen. 184 PS, 204 PS, 245 PS, 272 PS, 306 PS. Nur so als kleine Randnotiz. Also alle gleich. Naja, der G30 kam 2017 auf den Markt und war auch einfach nur wunderschön. Ein Fünfer wie aus dem Bilderbuch. Ein Business-Gleiter par excellence. Leise, schnell und luxuriös. Teilautonom, digital und technisch auf dem Zenit. 500 Kilometer auf den Komfortsesseln gleichen einer Massage. Die Materialanmutung im Innenraum ist nahezu perfekt und insgesamt schon ganz nah am Niveau eines Siebeners. Jahrelang glücklicher Dienstwagenfahrer eines 530e. Ich? Gut, weiß, was heißt glücklich. Ein 530d wäre mir lieber gewesen. Definitiv. Aber war halt nicht so, bis ich dann auf einen Skoda Kodiak umsteigen musste. Ein Interessent, der meinen Fünfer dann schlussendlich auch gekauft hat oder beziehungsweise der, genau, das war gar nicht der, der ihn gekauft hat, aber es war ein Interessent, der hat das so formuliert. Bist du gestiegen von einem Pferd auf einem Esel? Es war ein Stich in mein Herz. Aber das erzähle ich euch in einem anderen Video sicherlich noch. Zurück zum G30. Motorenseitig gibt es nur noch einen einzigen Sechszylinder Benziner, den 540i mit 340 PS. Ein Sahnemotor, der in Laufruhe und Drehfreude seinesgleichen sucht. Einfach genial. Der 550i trägt jetzt ein M und heißt M55i X-Drive. Allrad ist obligatorisch. Anfangs noch mit 462 PS und 650 Newtonmeter kam er noch, kam er schon ein Jahr später mit 530 PS auf den Markt. Gewaltige 750 Newtonmeter aus dem immer noch bekannten 4,4 Liter Motor prügeln den Wagen in 3,8 Sekunden auf 100 und 13,2 Sekunden auf 200. Es gibt zu diesem Auto keine Konkurrenz. Audi hat seine einfachen S-Modelle in Diesel verwandelt und Mercedes ist mit seinem AMG E53 ganze 95 PS entfernt. Bei diesen Leistungsunterschieden kannst du ganz stark davon ausgehen, dass der AMG nicht im Entferntesten eine Chance hat, aber fast genauso viel kostet. Apropos Diesel. Hier hat BMW gleich drei Sechszylinder am Start. Den 530d, den 540d, der auch auf 100 schneller ist wieder als der Benziner, als der gleichnamige. Und wieder dabei der absolute krasse M55d X-Drive. Dieses Mal sogar mit vier Turbos. Ja, genau. Quad-Turbo heißt das dann. 400 PS und 760 Newtonmeter von 0 auf 100 in 4,4 Sekunden. Meine Güte, es gibt keinen Antritt schnelleren Seriendiesel. Für Urlaub mit Family und Koffern kann man den Kombi nehmen. Der ist nur 0,2 Sekunden langsamer. Das Rennen um den krassesten Diesel in diesem Segment hat BMW ganz klar für sich entschieden. Nicht ganz so schnell, aber mit ein bisschen mehr Platz geht es im 6er GT vorwärts. Er ersetzt dann den 5er GT und möchte dem BMW weiterhin in der Oberklasse gesehen werden. Also der Diesel 640d. Im M5 geht es dann wieder viel schneller. Mit 600 PS in der zivilen Version hast du schon kaum Konkurrenz. Aufgrund seiner schieren Leistung kommt er nur noch mit Allrad. BMW wollte aber trotzdem ihr Heckantriebskonzept nicht einfach aufgeben. Mit dem 2WD-Modus hast du die Option auf reinen Heckantrieb und kannst auf diese Weise deine Reifen einfach in Luft auflösen bzw. wahlweise die Rennstrecke mit einer Nebeldecke belegen. Vielleicht kontrollierte Heckschwenker, ohne gleich eine Periouette zu drehen, kannst du in den Modus 4WD, Sport, schalten. Voreingestellt ist der alltagstaugliche Modus 4WD. Damit kriegst du die Kraft immer voll auf die Straße. Auch Standard ist die Automatik, Sportautomatik natürlich. Kein Doppelkupplungsgetriebe mehr wie in den zwei Vorgängern und auch keine Handschaltung mehr. Die gab es tatsächlich noch im Vorgänger für die Nordamerikaner. Hier wird also mit einem 8-Gang-Wandler geschaltet und wie? Extrem kurze Schaltzeiten verhelfen ihm in 3,4 Sekunden auf 100 und auf 200 braucht er nur 11,1 Sekunden. Das sind super Sportwagenwerte und trotzdem kann er bei Bedarf komfortabel sein. Er trägt eben einen Businessanzug. Komfortabel kann der M5 als Competition nicht mehr so richtig. Er ist konsequent auf Rennstrecke getrimmt. Es sind nicht nur die 25 PS Mehrleistungen, die den Unterschied machen. Die merkt man ohnehin kaum. Mit 3,3 Sekunden auf 100 und 10,8 Sekunden auf 200 ist er geradeaus nur einen Ticken schneller. Auf der Rennstrecke jedoch kann er noch mal einiges rausholen. 7,35 zu 7,38 auf der Nordschleife. Es ist das überarbeitete Fahrwerk natürlich, das ihn so krass sportlich macht oder die Tieferlegung um 7 mm zum Beispiel auch, die nicht sofort auffällt. Optisch wiederum fällt sofort der schwarze Grill, die schwarzen Nieren und die schwarzen Endrohre auf. Die M5 Competition Badges in schwarz dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die M Sportabgasanlage kann man auch raushören. Mercedes hat mit seinem letzten AMG E63 noch nicht einmal versucht dagegen zu halten. Es blieb im Facelift bei 612 PS. Daher musste auch BMW im Facelift im Jahr 2020 leistungstechnisch nicht mehr nachbessern, aber kosmetisch. Die Scheinwerfer vorne, der Grill und die 3D-Hackleuchten hinten. Hier in Imola Rot, eine berühmte M-Farbe, war das erste Mal auf einem M3 E46 zu sehen. Fahrwerkseitig hat man die Stoßdämpfer aus dem M8 Drang Coupé genommen und das Fahrwerk neu abgestimmt. Es gab noch einige weitere Änderungen, aber das führt jetzt zu weit. Viel wichtiger ist, dass das alles noch nicht genug war. BMW wollte mehr und brachte im Jahr 2021 den M5 CS. Damit hauten sie nicht nur einen raus und ballerten ihre Konkurrenten nieder, sondern hängten sich auch gleich an die versammelte Sportwagenriege dran. Mit 635 PS knallt der M5 CS eine Zeit von drei Sekunden in den Asphalt. Er hat wie alle anderen Fahrzeuge mit dem M im Namen den gleichen 4,4 Liter Motor und 750 Newtonmeter an Bord. Für die Gewichtsoptimierung sorgen die verwendeten Carbonteile, Carbonschalensitze und eine Reduzierung der Dämmung. Allein die serienmäßige Carbon-Keramikbremse trägt mit 23 Kilogramm zur Reduzierung des Gewichts bei. Die Einzelsitzanlage hinten sieht mega geil aus. Ob es praktisch ist? Sicherlich fragwürdig. Im Übrigen reduziert sich die Zahl der Porsche hier noch einmal. Nur noch Turbo und Turbo S sind schneller auf 100 und selbige als Cabrio. Das ist einfach nur abgefahren. Hier jetzt also der letzte mit konventionellem Antrieb. Und am Ende dieses Spiels hat der M5 das Spiel gewonnen. Er war der erste seiner Art und ja, Mercedes hat mitten im Spiel immer wieder geführt, aber am Ende doch verloren. Der M5 CS ist die Krönung der letzten 38 Jahre Verbrenner. Jahre. Denn erstmals kommt der neue Fünfer auch als reines Elektroauto. Zwar behält er seine konventionelle Verbrennersilhouette, aber um die Ernsthaftigkeit der Elektroantriebsbemühungen aufzuzeigen, kommt er zuerst als E5. Er wird wie auch der Siebener als eierlegende Wollmilchsau alle Antriebe von ein und von derselben Plattform auf die Straße werfen. Der Fünfer wirkt wieder wie etwas kantiger als seine Vorgänger. Gleichzeitig erscheint er mir nicht mehr so konventionell wie die E-Klasse. Man sieht dem Fünfer den Spagat zwischen Elektro- und konventionellem Antrieb an. Man spürt ihn auch ein bisschen, beispielsweise auf der Rücksitzbank in der Mitte. Dort findet sich dann immer noch der Kardan-Tunnel. Vom Design her gefällt mir die E-Klasse ein bisschen besser. Sie sieht noch mehr nach der alten Welt aus, weicher gezeichnet, ein bisschen rundlicher und nicht ganz so kantig. Irgendwie staatstragender. Sie ist auch von den Außenmaßen mit 4,95 Meter nur zwei Zentimeter zum Vorgänger gewachsen und genauso lang wie der Vorgänger des BMW, also dem G30. Im Vergleich dazu ist der neue Fünfer ein Riese aus der Oberklasse. Mit 5,06 ist er nämlich deutlich gewachsen und damit nur einen Zentimeter kürzer als ein 7er BMW der Generation F01. Der Radstand ist um genau zwei Zentimeter zu seinem Vorgänger gewachsen und 3,4 Zentimeter größer als der der E-Klasse. Wenn ich aber dafür 11 Zentimeter Wagenlänge in Kauf nehmen muss, dann ist das mindestens fragwürdig. Ganz speziell auch, wenn es um die Fahrdynamik geht. Wohingegen der elektrische Antrieb ganz klar an den BMW geht. Er wird wahrscheinlich ein ähnlicher Bestseller wie schon der E4. Mercedes macht es ihnen mit dem EQE als Gegner auch nicht wirklich schwer. Es ist ein, ich lasse das Wort hässliches weg und ersetze es durch auffälliges. Es ist ein auffälliges Ei. So ein bisschen wie in einem UFO. Er ist halt erkennbar ein Elektroauto. Durch sein Aussehen hebt er sich massiv von der klassischen Silhouette eines Autos ab. Die stark abfallende Nase und hinten der dicke Hummelpopo sind schuld an seinem Aussehen. Und wer jetzt schreit, CW-Wert und deshalb ist der EQE so rund, dem entgegne ich, dass der BMW, obwohl er wie eine klassische Limousine aussieht, nur einen CW-Wert von 0,23 hat und der EQE einen CW-Wert von 0,22. Jetzt könnte man sich vortrefflich dazu streiten, wie viel das im Detail ausmacht und meine persönliche Antwort wäre die folgende. Es macht viel zu wenig aus, um mir tagtäglich dieses Design reinzuziehen. Für die, die es genau wissen wollen, habe ich natürlich auch eine etwas fundiertere Aussage, nämlich folgende. Man hätte den nerdigen Entwicklern niemals das Zepter für das Außendesign in die Hand geben dürfen, um möglichst windschlüpfrig zu werden. Nein? Okay, Spaß beiseite. Man müsste den CW-Wert mit der Stirnfläche multiplizieren, um eine valide Aussage dazu zu treffen. Wenn ich in diesem Fall deshalb 8, 12 oder 15 Kilometer weniger weit komme, kann ich gut damit leben. Gleichzeitig muss ich natürlich dazu sagen, dass der Radstand aufgrund der kürzeren Überhänge mit 3,12 Meter unendlich groß ist im EQE. Aber genug über die Ausnaut gesprochen. Im Innenraum hat der EQE die Nase ganz weit vorn. Moderner und verwobener oder auch integrierter findet sich das in keinem anderen Kontrahenten wieder. Die E-Klasse darf es optional nachahmen, aber nur zu zwei Dritteln des Cockpits. Das andere Drittel ist ein aufgesetztes Kombi-Instrument. Hier hätte ich mir auch mehr Konsequenz gewünscht. Der Fünfer hingegen sieht im Innenraum moderner aus als seine Vorgänger. Diesen evolutionären Sprung hat er geschafft, mehr auch nicht. Mit dem aufgesetzten Display hat BMW seine typische fahrerorientierte Ausrichtung beibehalten. Schnickschnack für den Beifahrer gibt es nicht. Dafür kannst du jetzt auch im BMW Videospiele spielen, die über dein Smartphone steuerst und dir auf diese Weise die Zeit beim Laden deiner Batterie vertreiben. Wichtig aber ist der iDrive-Drehendrücksteller. Oft kopiert, doch nie erreicht. Für die Bedienung eine absolute Erleichterung. Viel regelt sich aber über die Sprachbedienung und die ist im BMW bisher unangefochten. Mit der Interaction Bar in dieser wundervollen Glasoptik lässt sich unter anderem die Lüftung regulieren und einiges mehr. Die Ambientebeleuchtung sieht jetzt aus wie im Siebener. Es gibt jetzt auch endlich ein Panoramadach. Einfach mega. Jetzt schon konfigurierbar ist der 520i mit 190 PS und der 520d mit 197 PS. Den wiederum gibt es auch mit Allrad. Der i5 kommt mit 340 PS und einer Reichweite von bis zu 582 km. Dass er nur 193 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit mitbringt, ist aus meiner Sicht absolut irrelevant, weil du ab einer Geschwindigkeit von 150, 160 sowieso viel zu viel Strom verbrauchst. Dafür gibt es dann den M60 mit 601 PS und 230 Stundenkilometer. Von 0 auf 100 geht es in 3,8 Sekunden. Das ist schnell, aber im EQE 53 für Formatik Plus geht es in dreieinhalb Sekunden etwas schneller. Der hat dann auch 625 PS. Die Preise für beide i5 sind aber merklich niedriger als für vergleichbare EQE. Anfang 2024 kommen dann noch die Hybriden dazu. Der 530e mit 299 PS und einem Vierzylinder und der 550e xDrive mit 489 PS und einem Sechszylinder. Eine wirklich traurige Nachricht. Es wird keinen reinen Sechszylinder-Benziner mehr geben. Nur noch einen Sechszylinder-Diesel. Eine weitere traurige Nachricht ist, der nächste M5 wird wohl auch ein Hybrid. Wahrscheinlich irgendwas mit zweieinhalb Tonnen und 800 PS. Finde ich gar nicht geil. Aber so sind die Zeiten und die Automobilindustrie steht vor der größten Umstellung seit Anbeginn der Geschichte des Automobilbaus. Und um dies zu bewerkstelligen, fahren die zwei Hersteller völlig unterschiedliche Strategien. Welche der beiden am Ende aufgeht, sehen wir in einigen Jahren. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Einen letzten Hinweis habe ich noch. Die reine elektrische Plattform von BMW befindet sich gerade noch im Bau. So und jetzt noch den Werbespot zum Abschied. Bitte, bitte, bitte. Zieht euch den rein. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben. Und bis ganz bald. Und tschüss. Die Erfahrungen auf den Rennpisten kommen den Fahrern im Alltag zugute. Im Rennen erprobt. In Zuverlässigkeitsfahrten getestet. Im Alltag bewährt. BMW. Von Mr. C.M. Walker, Rechtsanwalt in der Nähe des Broadway. BMW erfüllt einen Traum. Den Traum vom perfekten Automobil. Den Traum von der Exklusivität. Der technischen und der ästhetischen. Denn bei BMW erlebt man sie noch. Die ursprüngliche Freude am Autofahren. Die einen kaufen ihn, weil er bei Sportwagenrennen so erfolgreich ist. Weil er von 0 auf 100 in 12,6 Sekunden beschleunigt oder noch schneller. Weil ein Wagen der gleichen Serie Rekorde für Tourenwagen fährt. Auf dem Rundkurs von Spa in Francorchamps genau wie auf dem Nürburgring. Und die anderen kaufen ihn, weil er Komfort und Sicherheit bietet. Weil er nicht nur sportlich, sondern auch zuverlässig ist. Weil er bis in das kleinste Detail durchkonstruiert und gediegen gebaut ist. Und genau das ist es. Das zusammen, was alle meinen. Überall in der Welt. In New York, in Tokio, in Saigon, in Beirut, in Rom, in Paris, in München. Wenn sie sagen BMW.